Wenn du willst, dass dich jemand mag, brauchst du ein Stück Papier, auf das er was geschrieben hat und ein Foto von ihm. Das verbrennst du bei Vollmond zwischen drei und vier Uhr morgens und die Asche wirfst du in einen Fluss und murmelst dabei irgendwas auf Lateinisch. Neun Tage später wird er zu dir kommen und mit dir sprechen. Ich hab's einmal ausprobiert.